George Monk, Duke of Albemarle, auch Monk K.G. war ein General im Englischen Bürgerkrieg und 1660 maßgeblich an der Stuart-Restauration beteiligt. Zeit der Bewährung George war der zweite Sohn von Sir Thomas Monk. Da sein Vater von den Behörden schlecht behandelt wurde, nahm George Monk Rache am Unterscherife der Grafschaft, was dazu führte, dass er das Land verlassen musste und als freiwilliger Kriegsdienst aufnahm. Nach seiner Teilnahme an einer militärischen Expedition nach Kadiz ging er 1629 nach Holland, wo er sich einen guten Ruf als Truppenführer erwarb. 1638 überwarf er sich mit den Zivilbehörden und kehrte nach England zurück. Während des Bischofskrieges bewährte er sich vor allem in der Schlacht von New Bern. Beim Ausbruch der irischen Rebellion im Jahre 1641 wurde er Regimentskommandeur und zeigte hier alle Qualitäten, für die er während seines gesamten Lebens bekannt war, Talent sich unentbehrlich zu machen, unerschütterliches Temperament und eiserne Verschwiegenheit. Zunächst war George Monk als Gouverneur von Dublin vorgesehen, doch König Charles I. zog einen anderen Günstling vor. Obwohl Monk diesem klugerweise den Vortritt ließ, wurde er unter Bewachung nach Bristol geführt. Im persönlichen Gespräch beeindruckte er den König mit seiner militärisch fundierten Kritik an der Kriegsführung in Irland und bekam ein Kommando in der Armee des Königs. Englischer Bürgerkrieg Im englischen Bürgerkrieg kämpfte Monk zuerst auf Seiten des Königs, wurde jedoch 1644 bei Natwig gefangen genommen und in den Tower of London geworfen. Er verbrachte dort zwei Jahre, die ihm wegen seiner Mittellosigkeit sehr schwer fielen. Charles I. schickte ihm 100 Pfund, wofür er dem König sehr dankbar war. Während seiner Zeit im Tower verfasste er eine Schrift, Beobachtungen zu militärischen und politischen Angelegenheiten, auf Seiten Cromwells. Da Monk Erfahrungen in Irland gesammelt hatte, ließ man ihn frei und bot ihm an, für das Parlament in Irland zu kämpfen. Monk nahm an, da er auf diese Weise nicht gegen König Charles I. antreten musste. Zwei Jahre lang kämpfte er sehr erfolgreich. Doch 1649 desertierten viele Soldaten infolge der Enthauptung von Charles I., und er musste sich auf einen Waffenstillstand mit dem irischen Rebellen O'Neill verständigen. Unter Oliver Cromwell kämpfte Monk in Schottland gegen royalistische Truppen. Cromwell setzte Monk als Oberbefehlshaber der Truppen in Schottland ein. Monk sorgte für die Unterjochung des Landes. 1652 musste er seine angeschlagene Gesundheit in Beth regenerieren, aber schon nach neun Monaten nahm er eine Stellung als General zur See an, gleichbedeutend mit einer Admiralstelle. Zehn Tage nachdem er seine Flagge gesetzt hatte, kämpfte Monk an der Seite von Robert Blake und Richard Dean im Rahmen des englisch-niederländischen Krieges in der Seeschlacht bei Portland. In der bald darauf folgenden Seeschlacht bei Gabbard übernahm er das Oberkommando, nachdem Dean gefallen war. Es folgte die Seeschlacht bei Scheveningen in der England einen entscheidenden Sieg errang. Zurück an Land heiratete er Anne Klatschs, eine Frau von einfacher Herkunft, die zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch mit ihrem ersten Mann verheiratet war. Im folgenden Jahr schlug Monk einen Royalistenaufstand im schottischen Hochland nieder und blieb für fünf Jahre als Gouverneur in Edinburgh. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Monk zu dieser Zeit über eine Wiedereinsetzung des Königtums nachdachte, aber ein so fähiger Diplomat wird die Chancen eines solchen Vorgangs abgewogen haben. Seine Verschwiegenheit in dieser Hinsicht alarmierte die einen und schürte Hoffnung der anderen. 1655 erhielt er ein Schreiben des späteren Königs Charles II. Er sandte sofort eine Kopie an Cromwell, der ihn in seiner Antwort anwies, Charles II. nach Möglichkeit festzunehmen und nach London zu schicken. Cromwell starb am 3. September 1658 und obwohl Monk zuerst daran dachte, Cromwells Sohn Richard militärisch zu unterstützen, gab er dieses Vorhaben auf. Als dessen Unfähigkeit zutage trat, Restauration der Monarchie, Charles II. versuchte mehrfach Monk zum Handeln zu bewegen, aber seine natürliche Vorsicht ließ ihn abwartend in Edinburgh verharren. Am 3. Februar 1660 zog er mit seinen Truppen in London ein. Sein Verhalten in London war undurchsichtig. Einerseits unterstützte er im Geheimen die Forderungen der Royalistischen City of London, forderte andererseits aber Unterstützung für das Rumpfparlament, riet aber den Parlamentariern zur Selbstauflösung und weigerte sich schließlich, einen Eid zu leisten, in dem er dem Haus Stuart abschwören sollte. Am 21. Februar 1660 setzte er die im Breitsbertsch entfernten Parlamentarier wieder in ihr Amt ein. Das Rumpfparlament hatte wieder die Zusammensetzung des langen Parlamentes. Wahlen wurden ausgeschrieben, das lange Parlament löste sich am 16. April 1660 auf am 25. April trat das neu gewählte Convention-Parlament erstmals zusammen. Am 8. Mai nahm das Parlament die von Charles II. unter Mitwirkung Monks entworfene Deklaration von Breda an und erklärte Charles II. sei seit dem Tod Charles I. 1649 der rechtmäßige Monarch gewesen. So war es Morg gelungen ohne Blutvergießen die Restauration des Königtums in England zu erreichen. Er erfuhr zahlreiche Ehrungen durch Charles II. Unter anderem wurde er Duke auf Albe Malle und Ritter des Hosenbandordens. Seine jährliche Pension betrug 7000 Pfund. Zweiter Englisch-Niederländischer Seekrieg Bei Ausbruch des Zweiten Englisch-Niederländischen Seekriegs wurde Mung wiederum Flottenführer an der Seite des Duke of York und gleich berechtigt. Mit dem Prinzen Rupert, der bereits im Englischen Bürgerkrieg auf Seiten von Charles I. gekämpft hatte. Als die Pest 1665 in London ausbrach und zahlreiche Bürger und der König die Flucht ergriffen, zeigte er sich als unerschrockener Führer. Mung wurde vom König beauftragt, in London zu bleiben und besonderes Augenmerk auf republikanische Umsturzversuche zu haben. 1666 kommandierte er gemeinsam mit dem Cousin des Königs Prinz Rupert in der Viertageschlacht mit mäßigem Erfolg. Beim großen Brand von London im selben Jahr wurde er vom König zu Hilfe gerufen, kam aber erst nach Erlöschen des Feuers in London an. Ein letztes Mal diente George Monk seinem Land während des Überfalls im Mettway, als die Werften in Shetham bedroht waren. Von da an widmete er sich dem Privatleben. Monk starb an Wassersucht wie ein römischer General umgeben von all seinen Offizieren.